Moin Moin und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal Revenge of the Cinema. Frühjahr 2024 wird auf Disney Plus eine weitere Daredevil-Serie herauskommen. Zum Glück sagt Harley Cox als Daredevil wieder am Start. Doch mein Hauptproblem ist, dass die ursprüngliche Daredevil-Serie, die ich extremst gut fand, ab 18 freigegeben war. Dadurch war eine tiefmütig, genauso wie philosophische und ideologische Grundlagen, natürlich auch Brutalität in hohem Maße. Das hat den Charakteren allesamt sehr gut getan. Daher kann ich ein familientaugliches Reboot überhaupt nicht gebrauchen. Der Auftritt von Wilson Fisk in Hawkeye hat auch genau gezeigt warum. Warum? Wilson Fisk ist der Hauptantagonist gewesen in der ursprünglichen Daredevil-Serie, wo er sehr beeindruckend war und sehr beängstigend. In Hawkeye war er eine katastrophale Lachnummer und jetzt wurde bekannt gegeben, dass Daredevil in der She-Hulk-Serie vorgekommen wird. Das ist eine Serie, dessen Trailer mit auffälligem, billigem Humor überzeugen konnte. Und natürlich auch wieder ab FSK 12. Jetzt wird natürlich von vielen argumentiert, ja, es werden 18 Episoden herauskommen für die längste Marvel-Serie. Doch ich persönlich denke, viel ist nicht unbedingt viel gut. Gut, ich glaube, dass Daredevil ein Charakter ist, der zu komplex für das MCU ist. Und deswegen hoffe ich, dass die Serie mindestens ab 16 wird, um den Standard der alten Serie auch nur im Entferntesten zu halten. Doch ich glaube auch nicht, dass es kommen wird. Ich hoffe, dass diese Serie nicht stattfinden wird. Doch ich kann nichts am Release ändern, nur meine Meinung kommt. Und das könnt ihr jetzt auch in den Kommentaren machen. Was sagt ihr zur neuen Daredevil-Serie? Bis zum nächsten Mal.